... im Leichtgewicht gratulieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ihn auch heute schon siegen sehen. Er hat auch gesiegt bei den deutschen Meisterschaften im Bantermgewicht. Unser deutscher Meister, Dennis Makarov. So, und meine Damen, meine Herren, bevor ich das Mikro dann gleich weitergebe, damit es mit der zweiten Halbzeit weitergehen kann. Wir haben ja zu Beginn des heutigen Kampfabends vielleicht schon kommende deutsche Meister gesehen. Und deswegen möchte ich mich beim Felberter Box Club nicht nur dafür bedanken, dass in der Spitze der Name Felbert, wie gesagt, in nach ganz Deutschland betragen wird, um große Erfolge gefeiert werden, sondern mich auch für die hervorragende Jugendarbeit bedanken. Damit das funktioniert, brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen, im Popsport allgemein, aber vor allem auch hier im VBC. Ich möchte mich bei allen, die im Vorstand, im Umfeld Verantwortung tragen, ganz herzlich bedanken und möchte das heute mal nach einem schweren Jahr für den VBC ganz ausdrücklich persönlich bei Hans-Gerd Hosing tun. Meinen ganz herzlichen Dank. So, und jetzt wünsche ich Ihnen...